Ich habe jetzt einfach unsere Kamerafrau gefüttert. Und heute sind wir am Hotspot Meilinger Markt. Komm rein, komm rein. Da ist noch Kakao-Cookies, Haselnuss-Cookies, es gibt Cookies. Der schönste Bezirk Wiens, wenn es nach mir geht. Wenn es nach mir geht, auch. Dürfen wir mal was kosten? Ja, ist so gut. Dankeschön, richtig lecker. Jetzt sind wir beim Damaskushaus. Es gibt zu viel Sachen, zum Beispiel Süßenkeit. Knusprig, gell? Ja, das ist drinnen. Danke, und ein bisschen von Ihnen und dann. Nein, nein, das ist so lieb von Ihnen.